ja guten tag meine damen und herren mein name ist Cornelius von Lissen, energetischer Heiler, der feinstoffliche Virenscanner. Spannendes Thema, Energien, die Albträume verursachen, energetisch entfernen. So hat es mir Andreas in die Stimme hinein diktiert. Ja, wir wollen ja, und er hat es auch richtigerweise gesagt, alte Albträume wollen wir nicht neu hervorrufen, sondern es geht darum, dass keine neuen Albträume entstehen. Und da gibt es ursächlich Energien, die das machen. Und die wollen wir entfernen, sodass man eine ruhige Nacht hat. Gut, dann geht's mal los, dann schauen wir mal, was meine Intuition dazu sagt, was wir da haben. Also lade ich erstmal alle ein, die jemals dieses Video sehen wollen mit diesem Thema. So fühlt sich gut an, da kommen welche. Also aus den Zuschauern mache ich ja wieder den Mustermenschen und das Video ist unendlich gültig. Es gilt immer, egal wann Sie schauen, es wirkt. Dann schauen wir mal. Dann würde ich erstmal diesen Mustermenschen energetisch mal frei machen, soweit, dass man von allen dunklen Energien, das mache ich jetzt erstmal. So, dann gibt es ja mehrere Varianten, warum ich Albträume bekommen kann. Die eine Variante ist irgendein eigenes Erlebnis, was ich im Traum, aber dann per Albtraum, dann wird es ja erschreckend, dass ich im Albtraum abarbeite. Und das machen wir mal raus. Alle Ereignisse, die Albträume verursachen oder die Energie der alten Albträume, die Energie der Ereignisse, die Albträume verursachen, nehme ich jetzt vollständig aus allen unseren Zuschauern jetzt raus. In diesem Leben, frühen Leben, parallel werden in allen Dimensionen und Zeiten. Innere Frieden, innere Gelassenheit spiele ich jetzt ein. Es gibt, der erste Impuls war, es gibt ja auch Albträume, die ich einfach übernehme. Wir sind ja aktuell so ein bisschen im Kriegsgeschehen, was heißt ein bisschen, stark im Kriegsgeschehen. Und ich kann davon, diese Energie kann ja sogar rüberschwappen, dass ich diese Albtraum-Energie habe, weil sie im Feld ist. Das meine ich aber eher weniger, sondern aber unsere Vorfahren. Einige davon waren im Krieg und die haben diese in der Genetik mitgetragen und an uns vererbt, diese Albträume, dieses Leben, frühes Leben. Mutter, bitte um Löschung des Karmes der Mutter. Also da geht es um Albträume in allen Dimensionen, in allen Zeiten. Löschung, vollständige Löschung, bitte um Gierhausgleich, Schultersgleich. Ich würde jetzt die ganze Mutterlinie, es geht immer an diese gleiche Reihe, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und allen Linien davor. Ich bitte um Löschung dieses Karmes der Mutterlinie bezüglich Albträume, Löschung, vollständige Löschung, bitte um Gierhausgleich, Schultersgleich. Und ich bitte um Löschung des Karmes der Vaterlinie, Großvater, Urgroßvater und allen Vorfahren der männlichen Seite. Löschung dieses Themas in allen Dimensionen, allen Zeiten. Löschung, vollständige Löschung, bitte um Gierhausgleich, Schultersgleich. So, Albträume. Was fehlt? Die Angst, sich bestimmten Themen stellen zu wollen oder zu müssen, das nehme ich nochmal aus dem System aller Beteiligten jetzt raus. Ein Albtraum, kann mich selbst kaum erinnern, ich habe ganz wenig gehabt, aber wenn man solche Verfolgungsträume oder sowas hat, ist ja auch im Albtraum, in dem Traum umdrehen und zu sagen, ich laufe nicht weg, ich stelle mich der Gefahr. Egal was es ist, einfach sich der Gefahr stellen. So mal als Tipp, dann werden Sie sehen oder werdet ihr sehen, oh, die verhält sich ja komischer, anders als ich gedacht habe, ich werde jetzt nicht verschlungen, verputzt, sondern oft ist diese Gefahr so erstaunt, dass sie sich wieder auflöst. Also, dieses Weglaufen vor bestimmten Ereignissen nehme ich nochmal vollständig aus dem System von allen Beteiligten raus und sich diesem stellen können, zu sagen, ich stelle mich, ich stelle mich, koste was, ich lasse mich nicht äh äh ängstigen, auch nicht im Albtraum, nicht im richtigen Leben, aber auch im Albtraum erst recht nicht. Äh, dieses, äh, Fähigkeit sich zu stellen, das spiele ich jetzt bei allen Beteiligten jetzt ein. So, was haben wir noch, Albtraum? Ähm, also auch wahrscheinlich so Kindheitsgeschichten, wo wir nicht gehört worden sind, in einer Not und keiner hört uns. Kommt öfters vor, so Kinder, die schreien oder Babys, die schreien, Mama hört sie nicht, können sich so albtraumhafte Geschichten entwickeln, die objektiv gesehen kleine Ursache, aber subjektiv eine große Wirkung haben. Also, äh, in der Not allein gelassen zu werden, das nehme ich mal vollständig aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, parallel, in allen dimensionalen Zeiten. Und wir können die Geschichte, selbst die Erinnerungen können wir umschreiben, dass wir in der Erinnerung seht, ach, Mama kommt oder ich werde gerettet oder der Retter kommt, dass wir diese in unserem Geschichte uns das selbst umschreiben und wir gerettet werden und sicher sind. Das spiele ich jetzt ein. Ein komplexes Thema. Schauen wir mal. Alle Albträume, also alle Vorstellungen, wo ich gefesselt oder gematert werde, nehme ich vollständig aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Alle Fessen lösen sich, alle Illusionen lösen sich jetzt vollständig auf, in Licht und Liebe, jetzt, hier und sofort. Alle karmischen Gründen, also Erlebnisse aus dem früheren Leben, losche ich vollständig aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Auflösung, Licht und Liebe, jetzt, hier und sofort. Jetzt hat es was getan. So. Was haben wir noch? Diese ständige Wiederholung von irgendwelchen Erlebnisse und die Dramatisierung im Kopf, das nehme ich mal vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus und den Geschichten auch mal ein Happy End geben zu können und zu sagen, ich schreibe sie jetzt einfach im Kopf um, auch wenn es dramatisch damals war, ich schreibe sie im Kopf um und darf dieses loslassen. Die Fähigkeit, die alte, auch dramatische Situationen loszulassen, das spiele ich jetzt bei allen Beteiligten jetzt ein. Jetzt fehlt noch was. Sich verirrt zu haben und nicht mehr zurückzufinden, nehme ich nochmal aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Dieses Leben früher nehmen, paralleler in allen Dimensionen als Zeiten. den Weg wieder rauszufinden und zu wissen, da muss ich lang geben, der eigenen Intuition zu trauen, das spiele ich jetzt ein. Also Albträume mit Tieren, wo wir verfolgt werden von, weiß ich was, gefährlichen Tieren, nehme ich jetzt vollständig raus und diese gefährlichen Tiere werden zu kleinen Kätzchen ummodelliert oder zu kleinen Mäusen degradiert. Also die Fähigkeit spiele ich jetzt ein. Was fehlt noch? Ah ja, so ein Albtraum, wo wir kurz vorm Ziel sind, aber niemals das Ziel erreichen. Also wie heißt das, der damals die Kugel da hochgerollt hat in Berge und ist immer Sisyphus? Sisyphus. Sisyphus. So ein Sisyphus-Albtraum. Wir kommen immer nur kurz vorm Ziel und schaffen es aber nicht. Das nehme ich jetzt auch aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Und wir schreiben eine Geschichte um. Wir rollen tatsächlich die Kugel, in dem Falle war es mal eine Kugel, bis zum Berg hoch und freuen uns, wie wir das Ergebnis erzielt haben. Und das auch übersetzt in andere Situationen. Dass wir einfach das Ergebnis umschreiben und das positive Ergebnis bekommen. Das spiele ich jetzt ein. Alle Albträume durch Naturkatastrophen zu ertrinken oder verschüttet zu werden, nehme ich vollständig aus dem System von allen Beteiligten rein. Auch da das Umschreiben, dass das Rettungsboot kommt, dass das Bergungsteam uns findet und wir in Sicherheit kommen. Das spiele ich jetzt bei allen Beteiligten jetzt ein. Es gibt eben viele Albträume offensichtlich. Was fehlt noch? Ich sehe so einen Bergsteier, der bewusstlos am Seil hängt. Diese Verstellung, irgendwo bewusstlos allein gelassen zu werden und hilflos zu sein, nehme ich vollständig aus dem System heraus. Und auch wiederum, dass die Rettung da kommt und ich die Geschichte umschreiben darf und mir selbst die Erlaubnis gebe, mein eigenes Leben zu gestalten und zu kreieren. Das spiele ich jetzt ein. Also diese, ich frage mich gerade, warum das sich nicht auflöst, aber diese Befindlichkeit zum Albträumen sind ja im Hintergrund auch Ängste. Nehmen wir nochmal alle Ängste, die wir haben aus dem System von allen Beteiligten raus, spiele ich jetzt aus und innere Ruhe, innere Gelassenheit, innere Zufriedenheit spielen wir jetzt ein. Und Angst hat auch was zu tun, dass ich diese Geborgenheit nicht bekomme, die ich gebraucht habe zu irgendeinem Zeitpunkt. Dann nehmen wir mal alle Erlebnisse aus unserer Kindheit, wo wir fehlende Geborgenheit hatten, nehme ich aus dem System von allen Beteiligten raus, spiele ich jetzt die Liebe rein, geliebt zu werden, geschützt zu sein, umarmt zu sein, gemocht zu sein, das spiele ich jetzt hinein. Ein großes Teil von uns ist, dass wir soziale Wesen sind, dass wir diesen Kontakt mit anderen Menschen immer brauchen. Und wenn das unterbrochen ist, dann können sie Ängste entwickeln. Also dieses fehlende soziale Nähe nehme ich nochmal aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Und ganz viel Vater- und Mutterliebe spiele ich jetzt ein und Geschwister und sich in einer Gemeinschaft wiederzufinden und sich umsorgt fühlen, das spiele ich jetzt ein. So, jetzt kommen wir mal. Hm, das war besser jetzt. Da ist was passiert. Ängste. Was gibt's noch für Hintergründe? Ja, was immer wieder kommt, ist dieses Alleingelassensein. Also diese alle Momente, wo wir alleingelassen sind, nehme ich nochmal aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Und die Geschichte umzuschreiben, dass doch die Retter da sind und dass wir uns geborgen fühlen dürfen und dass auch wir jemanden finden, mit dem wir eine Gemeinschaft teilen können oder wieder eine Gemeinschaft aufgenommen werden. Das spiele ich jetzt ein, Albträume. Das fühlt sich jetzt besser an. Gibt's noch irgendwas? Botschaften von Verstorbenen. Okay. Auch als Albträume. Nehmen wir diese Botschaft von Verstorbenen. Die können ja sinnvoll sein und die können negativ sein. Also dann machen wir das. Diese ängstigen Botschaften, die nehmen wir aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. In diesem Leben, frühen Leben, parallel in allen Dimensionen, allen Zeiten. Heilung der Beziehung zwischen den Verstorbenen und uns. Alles, was da noch geklärt werden muss oder darf, darf jetzt vollständig geklärt werden, so dass wir keine Albträume, dass wir mit unseren Vorfahren im Frieden sind. Ja, genau das wäre die Formulierung. So, das spiele ich jetzt ein. Hm, fühlt sich gut an. Ich glaube, das lassen wir so stehen. Einmal schauen. Habe ich noch irgendwas bekommen? Alle Schocks und Traumata nehme ich nochmal vollständig aus allen Beteiligten bezüglich Albträume aus dem System heraus. In diesem Leben, frühen Leben, parallel in allen Dimensionen, allen Zeiten. Innere Frieden, innere Gelassenheit, spielen wir nochmal ein. Alle, habe ich schon mal gemacht. Alle Momente, wo ich uns allein gelassen fühle, allein im Stich gelassen, also Herzschmerzgeschichten, nehme ich nochmal aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Heilung des Herzens, Heilung des Systems, spiele ich nochmal ein. Fühlt sich jetzt besser an. Ich glaube, so können wir es lassen. Gut, meine Damen und Herren, gar nicht so einfach. Ich dachte, es wäre einfacher, wie ich das Thema angegangen bin. Aber die Informationen kamen, wir müssen ziemlich zum Kern des Menschen vordrängen. Also die Urängste und solche Geschichten, was ich am Ende gemacht habe. Und dann fühlte es sich erst besser an. Spannende Geschichte. Ja, viel Vergnügen mit diesem Video. Mein Name ist Cornelius van Lessen, der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Machen Sie es gut, schalten Sie wieder ein. Bis bald. Werken Sie hin? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020